Hey Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Röntgen Last of Us Multiplayer mit der Kati, dem Vokar und dem Vex. Moinsa und mir. Hi. So, letztes Mal was ziemlich bekloppt bei mir zumindest. Ich weiß nicht, bei den anderen lief es auch nicht so knogger, glaube ich, oder? Was war's das? Es ging. Ja, ist das sind egal. Wir sind ja nicht bekloppt. Wir sind die Nummer 1. Ich bin die Nummer 1. Hallo Michael Martin, diese Sterben bei mir die ganze Zeit Leute. Bei mir ist die mal gestorben, ich habe nur Lebende dazu bekommen. Ja, bei mir auch. Hier Michael Martin ist gestorben. Wieso bist du tot, Michael? Warum gibt's keine Dinger von wegen Werte Letzter in der Rangliste? Bei mir perfekt. Ich würde es immer erfüllen, du. Aber nein, Kriege-K.O.s mit dem Revolver. Was habe ich mir dabei gedacht? Ich weiß nicht. Aber bei Select kann man sich die letzten Starts anschauen. 5-5-5-2 bei mir. Was soll denn das heißen, Kriege-K.O.s mit dem Revolver? Dass du jemanden damit töten sollst? Dass der umkippt halt. Also K.O. ist ja, dass sich nur dann rumkriechen können noch zum Beispiel. Das ist er. Ich habe eigentlich gar nicht so schlechte Stats, bin nur zweimal gestorben. Aber trotzdem verrecken sie alle. Die bräuchten halt Joel, ne? Dann bräuchtest du keine Wachen. Dann bräuchtest du nur Joel, der wird dir 100 Fireflies platt machen. Hallo, nichts Poil, dein Kart ist nicht so weit. Hallo, ich bin nicht so weit. Ja, ich sage ja nur, du bräuchst jetzt nur Joel, das ist eine Ein-Mann-Armee, das ist ein Panzer, der Typ. Ja, das ist bei jedem Action-Spiel so. Habt ihr den Trailer von Rambo gesehen? Rambo? Ja, also naja. Das wird so geil. Ach, das hast du mir doch gezeigt letztens, Foka. Das ist so trashig, du. Ich habe dir gar nichts gezeigt. Also manche Dinge braucht man einfach nicht. Irgendjemand hat es mir gezeigt. Oh, Oshii. Ne, Osofin. Raus, 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 raus. Und abgesehen davon, das Rambo-Videgames kommt auch noch zu sehen. Oh Gott. Geh raus. Aber irgendwie das Rambo-Videgames kommt auch irgendwie 10 Jahre zu spät. Ich habe schon gesagt, da sieht ja Dings aus. Half-Life 1 sieht da besser aus, teilweise mit den neuen Mods. Also hier Black Mesa, ne, sieht viel besser aus. Da sieht sogar dieses, wie heißt es nochmal, Ride to Hell, äh, Retribution oder so. Ja, Retribution, genau. Yay! So ein Missspiel. Schöne Gruppe mit Jogginghose, 1, 2, 3. Leute, schreibt doch mal den Sorbus unter seine Videos, dass er wieder mit uns mitmachen soll, weil irgendwie lässt er sich da immer so ein bisschen entschuldigen. Er hasst uns. Ja, vielleicht. Auf jeden Fall, ja, er hat es ja abgebrochen. Das hat mich jetzt nur daran erinnert. Er hat dieses Ride to Hell Retribution abgebrochen. Hätte ich auch. Schreibt mir in die Kommentare, Headless91 will, dass du mitmachst. Was Headless ein? Achso. Nein. Lieber der Vorka. Oh, nee. Wir nehmen nicht Lakeside, wir nehmen den Damm. Oh, scheiße. Wir haben bei Lakeside. Nein, 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 nicht Damm. Wieso nehmt ihr Damm? Ich hab doch nie den Damm gesehen. Die reden schon wieder, der Bären-Jude. Guck mal, der Bären-Jude. Wieso fähl ich dir den Damm? Schau, das ist ein Robin. Robin, welcher Hälfte bist du? Robin, wo bist du? Neun. Neun. Neun ist Robin. Sehr gut, Robin. Robin ist okay. Lass mal den Robin in Ruhe. Hallo. Wer ist fucking Luke? Ich weiß nicht, ob du das schon kennst, aber der ist Übergeist. Wer ist Übergeist? Der Bären-Jude, der kommt da vorne. Hier, wie ist der Film nochmal? Ja. Ja? Geh doch jetzt einfach und sag nicht so viel, ey. Ey. Ich verstehe dir gar nicht richtig, was sagen die denn. Ach, ich glaube, es ist Bastards. Der Bären-Jude, ja klar. Ich möchte dir jemanden vorstellen. Den Bären. Sehr guter Film. Ich hab dir mal ein Video geschickt, als Film. Das ist übergeist. Ey, ich hab dir mal so ein Video geschickt, das ist übergeil, ne. Ich hab grad auch nur deswegen extra lauter gedreht und die zu hören, ey. Herrlich. Oh, schön. Aber ich bin ein Weibchen. Ne, ich bin kein Weibchen. Ich bin ein Kerl. Ich bin ein Weibchen. Ich bin wieder so ein herzlicher Methode. Ich bin wieder so ein Fischer. Wieso habt ihr den Damm gewählt? Wieso? Mann, weil dein Ding. Also, wir haben das letzte Mal Legshead gespielt und wir haben gewonnen. Ja. Glück, nennt man so etwas. Glück, 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 Glück. Glück auf, der Steiger kommt. Wir müssen sie jetzt fertig machen. Wir müssen jetzt Robin fertig machen, Brugam. Dreiben waren sie eben. Da war ein Roter. Der Rote Junge war da. Baut doch einfach Molly's und so Zeug ist dann gewinnt ihr. Der Jogginghosen-Typ, der kann joggen. Das ist, äh, sehr weise. Headshot. Mit dem Colt. Ich hab Angst alleine. Ah, irgendwie bin ich jetzt völlig entspannt. Hat hier nicht so weit vorlaufen, wir kommen. Wenn ich keine Mission hier machen muss. Halt die Schnauze. Meine Leute sind alle tot. Ja, ja, bei mir sind auch alle gestorben, aber trotzdem, jetzt bin ich irgendwie entspannt. 66% Junge, sag ich nur. Ich bin zu weinen, du. Ich sehe niemanden. Sind bestimmt alle unten langgekommen. Ich hab hier übrigens eine Nahtpumpe im Gericht, weil es nicht gesehen hat. Hast du? Kann man die eigentlich hinlegen? Hast du auch eine? Ah, nee. Ja, ich mach an die nächste Kiste, wo wir hinkommen. Bei mir ist so laut, bei mir ist das Wasser so laut. Nein, Joggingfuse. Joggingfuse, was sagst du gegen uns? Von rechts, von rechts, von rechts. Von unten kommt einer. Von unten. Die sind unten, ja. Vorsicht, ich kann die direkt bei dir jetzt. Ich schlage ihn zusammen. Hey. Will jemand ein Exekuteur? Nein, dann den Mütz. Boah. Von oben, von oben. Ja, weg, 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 weg. Habt der ja. Wie von oben? Oben ist gar keiner. Doch, oben war gar keiner. Ach so, da oben. Überall sind sie. Und sie sind überall. Geht mal in meine Bombe rein. Everywhere we go. Ich heil dich, Kati. Was? Ich heil dir. Warum? Ich muss doch auch ihn heilen. Hallo, ist er auch hier? Ich besorg sie halt selbst. Der Foka. Los geht's. Ganz versaut, ne? Weißt du, der macht immer so. Also, ich meinte mit dem Heilen. Ah, da unten ist deine. Da unten ist deine. Ich mach's dir selbst. Ich mach's dir jetzt nicht. Mit dem Pfeil. Weißt du, das ist aber immer so. Die stillen Gewässer, das sind immer so die ganz netten. Aber wenn sie so rumbrüchst, dann sind sie richtig dreckig. Ja, deswegen fang ich ja auch gar nicht erst an zu reden, ne? Weil sonst würde das ja ausatmen und dann müsste ich Facecam anmachen. Kati, komm mal her und heil mich, wenn du fein willst. Das haben die Leute aber auch schon gesagt. Kati, die hat faustdick hinter den Ohren. Ja, ich heil mich selbst. Ich hab das voll das Déjà-vu. Als wenn wir das hier schon mal erlebt hätten. Ach nee, warum rollt die Bombe soweit? Die rollt immer weiter, das ist doch bescheuert. Hm, schlecht vielleicht. Wie soll der liegen bleiben, Mensch? Die werden überhaupt, ja, oh, oh, oh. Achten bei mir ist eine. Ja, und oben ist auch eine. Also irgendwie haben wir es hier falsch, Brugger. Ja, da ist gar nichts los bei uns. Wo seid ihr denn da oben, ne? Nein. Ja, ich hab den erledigt. Cool. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Vorsicht. Da kommt noch einer. Und ich schlag ihn jetzt kaputt. Ja, ja, nein. Von rechts, von rechts. Wir haben nichts gemacht. Wir haben nichts gemacht. Auf, verdammt. Out. Out. Sehr schön, ich hab ihn erledigt. Gut, ich entschießen soll. Ich hab nur noch einen Schuss mit mir in der Häuser. Meine, meine Tante ist kalt. Was? Meine Tante ist kalt? Ja, die atmet halt so, ne? In, ne? Ach, deine Tante, die du spielst. Ach so, ich dachte auch deine Tante. Ich dachte, sie hat irgendwie bei WhatsApp geschrieben. So, ey, Cardi, mir ist kalt. Ich geh mal wieder auf dem Weg, Fokka. Ich stehst genau am Weg. Ich will als Sniper. Das wäre eine komische Sniper. Oh, Garnate. Garnate, 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 weg. Ah, warum werde ich so hart? Garnate, Garnate, Garnate. Alle stehen im Weg. Ich freu' ich sie gar nicht. Weil ich so hart betroffen, du. Beste, so kann ich nicht weitermachen. Achtung, die kommen hier. Die kommen hier. Denk, die kommen, die kommen. Von hinten, von hinten. Ne, alles weg. Von hinten, ja. Jetzt mach ich natürlich die kaputt, weißt du? Nein, nein, komm schon. Ja, ja, schlag, schlag, schlag. Ich hab ihn erledigt. Haben sie mich mal rein? Ja. Oh, Headshot. Sauber. Ist er tot? Er ist meiner tot. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Das sieht aus. Die haben doch klein. Da oben war übrigens ein Moll, die, falls ihr es gesehen habt. Execute. Schön. So, wir ziehen die gerade ab. Wir ziehen die richtig ab. Wir sind hier voll die I love Moose. Moose, alter. Prost. Oh, Foka. Fummel mich doch nicht so an, du. Halt, du bist doch ein Geheimknall. Na schon? Hinter uns. Wieder so ein Bokuhila. Hildebili. Ne, oder? Ich hab ne kaputze. Ich seh's halt nicht. Von unten bestimmt gleich. Ne, ne. Der kommt von hinten. Von hinten. Hinter diesen Felsen. Boah. Keine Ahnung. Meine Granate. Der von bald. Kaum mit Bombe. Der ist erledigt. Ja. Wie hast du da erwischt? Meine Granate. Ist da jemand reingelaufen? Ne, ne. Achso. Wächst hat jemand in English. Hihihihi. Achtung, von unten kommt einer. Ich will, ich will meine Granate werfen. Ich weiß nicht mehr, wo es sich lang geht. Ich lockere sie einfach alle. Ich lockere sie einfach alle. Achtung, von unten. Achtung, von unten. Hallo. Von der Seite kommt zwei. Die sind direkt vor uns irgendwo, Achtung, von unten. Da rennt einer weg. Ne, Katja. Krass. Na lang, Autos! Ich bin so ein Arsch. Ja, die voll fantastisch. Ich weiß nicht, zu wem soll ich zu wechseln. ich muss jetzt an die gegner ran damit ich machen kann ja da kommt da ja gut was für den kill ich hab die exekution voll der chill kill das hier bringt jetzt ein messer überhaupt Ja, wenn du halt von hinten kannst du direkt abstrechen mit einem Treffer. Wenn du es von hinten machst, Poker, wenn du es von hinten machst. Ja, da wir es Poker immer gerne tun. Ah, hab ich gehört. Nein, mein Ausgang wird immer Ausgang bleiben. Wie klein. Hast du den? Nee, was? Nee, die sind, glaube ich, weitergegangen. Na, dann lass uns mitgehen. Da vorne, da kämpfen sie wieder. Naja, da kämpfen sie mit unseren Pipels. Ha! Ja! Ja! Was? Was? Der steht nicht mehr auf. Siehst du einen? Holen dir, holen dir. Mann, wie lädt ihr so lange nach? Da schmeißt jemand was zu dir, Kathi. Ja! Das ist aber egal. Ich hab ihn getötet. Komm her! Tschüss! Bäm! Die rechte Kanate ist die von uns? Ach, 17,21. Ja, ich glaube, wenn es so aussieht. Oh, die frühstücken wir, du, die frühstücken wir richtig. Ist denn schon jemand in meine Bombe reingelaufen? Der liegt hier vorne immer noch, ich glaube nicht. Da ist keiner. Nee, ich hab sie direkt. Hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Äh, wo bist du? Hier, ich bin auf Wasserfall. Oh, Gott! Das war unsere... Kathi! Hier wirklich. Oh, gut. Nee, ist nicht gut. Dann hast du es jetzt rausgefunden. Schlecht! Wer hat meine Bombe zerstört? Da? Oh! In der Blinder! Oh, gut. Meine Blinder, meine Blinder! Oh, Molli! Oh, Molli! Ich auch! Vorsicht da hinten! Da sind die Armebombe. Erwisch! Ah! Oh! Karte, auch zum Gefallte. Okay! Kommt! Ich hole dich noch! Das gibt extrem viele Punkte wenn man falsch sitzt. Auf verdammts. Wex ich! Vor dir Pukka. Ja. Mann sind das scheiße. Ist das scheiße? Ja. Nein, 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 ihr seid scheiße. Ihr habt Spaß, das merkste. Die sind nicht so pro, die sind wie wir. Noobs, die halt mal ein bisschen Pech hatten jetzt. Ich habe zu null Stats. 30 Tage lässt. 5 nur Lebende dazu 3 Überlebende 3 Lebende dazu Aber ich habe auch alles verloren Deswegen kriege ich jetzt wieder zu fliegen Schaut wie schallgedämpft Das ist sehr unsinnig Erst die Hilfe 2 Oh 5 neue Mitglieder Wir sind im Klambeigezeten Wir sind im nächsten Part Tschüss Tschüss